hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar dieses mal wieder aus dem süd himmer projekt einen wunderschönen guten tag wünsche euch ja in der letzten folge sind wir stehen geblieben beim ernten des feldes 9 und 10 aber es ist ja das letzte mal ein problem aufgetaucht weil das verdauert worden ist jetzt habe ich das gerichtet jetzt ist er schon dabei das zu ernten und jetzt haben wir jedoch gab man uns noch einen traktor zu den avion mit freitreifen und gewichte gebraucht volle motorausschärung frontlider ja passt und dann müssen wir noch mal bei den tieren schauen du musst wenn es wasser noch füllen aber jetzt gehen wir erst einmal den kollege holen tun wir noch mal richten so dann gehen wir den noch mal tanken und dann geht es dahin so jetzt ist er gedankt und jetzt können wir eigentlich schon zum einsatz vor also jetzt müssen wir den auch tanken dann müssen wir dort mit dem krautschläger weiter schauen und dann geht es dahin und dann geht es dahin vielen vielen dank für eure unterstützung und am letzten video gefreut mich damit es euch so gefreut und ja ich werde es so weitermachen und dann schauen wir jetzt gleich weiter was wir noch zu machen jetzt muss ich einmal zuerst mal schauen wo ich anhöner sein da ist das wo ist das andere muss ich schauen nochmal ich glaube da steht ah da stehen sie da hängt man eh nochmal an und dann schauen wir weiter bremsweg ist am start ist übrigens aus dem DLC aus dem platinnen DLC vom glas ja und jetzt machen wir gleich weiter laden wir das dann und dann kommen wir auf eigentlich wird das Krautschlägerin dann können wir das ernten aber jetzt gehen wir mal in die Rüben ein oder das Unkraut ist da das war schon so aber jetzt werden wir das dann erstmal uploaden und dann geht es dahin bleibt gerne einmal eure Wünsche und Anregungen gerne in die Kommentare ja ja muss ja gleich leer sein so stellen wir den mal wieder auf die Seite Motor aus gehen wir da rein wir sind eine halbe Stunde fertig schau mal weiter schau mal weiter das muss ja übrig los schau mal da der ist gleich fertig das passt dann können wir wie schaut es für den den aus was er noch fühlen aber da müssen wir zuerst nochmal hinten das Ding platzieren weil da ist ja das letzte Mal schief gekommen für irgendein safe game aber das wollen wir jetzt schnell da hinten platzieren und dann passt das woher man denn das platziert kommt woher man denn das platziert kommt das war ja glaube ich da irgendwo soo dann gehen wir den mal aufhören dann gehen wir die Rüben und das eine dann billig rein und dann schauen wir rein soo er füllt das auf da ist ein Zuckerrüben drin wer ist da vorhin? weil der Kumpad zwar nicht aber ne da kommt wenigstens zusammen richtig was beim Lernfeld und ja so geht es eben dahin also Arbeit haben wir jetzt aber momentan genug dann schauen wir jetzt da hin dann dann gehen wir da nochmal zu dem bringen jetzt vom momentan gehen dann wir das schon hin bringen dann und dann schauen wir weiter ob der Wasserfang schon voll ist und dann können wir weitermachen schreibt es mir gerne in die Kommentare ob man als nächstes 4 machen soll das 4 machen soll 5% den Rest können wir dann ins Lager bringen dann fahren wir mal da raus fahren wir mal da raus und dann schauen wir weiter ja so geht es eben dahin mit der Arbeit also Arbeit wir jetzt genug jetzt wenn wir da wieder rum fahren kann man etwas damit mitlassen schreibt es mir gerne eure meinung zu dem Faktor gerne in den Kommentaren dann war es schon wieder voll oh mein Gott hat abgeschaltet mich schon wieder ab dann dann schauen wir weiter wie es beim Onan ausschaut dann können wir gleich das Wasser nachfüllen bei den Tieren so jetzt können wir das nochmal abladen so der bleibt durch stehen er macht das fertig der ist auch bald fertig dann können wir das jetzt dann zu den Tieren bringen dann schauen wir rein was bauen jetzt die Tieren noch? Wasser und Strom dann geht es da hin jetzt gehen wir Wasser nachfüllen und dann geht es da hin und dann geht es da hin bremsen 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 2000 Liter Wasser Stroh brauchen wir auch noch aber das werdet ihr dann jetzt gleich fertig sein fertig jetzt mal schauen wo man da gibt es so wie es nah zu mir 180.000 äh 391.000 so ja da ist schon wieder voll hat davon gerettet jetzt können wir schon wieder ausdenken ja das machen wir dann jetzt noch fertig und dann sehen wir uns oder was wir dann machen in der nächsten Folge sehen wir eh dann wahrscheinlich eh wieder weiter her jetzt gehen wir aber zuerst den oben raus dann ist der Arsch wieder gleich leer und wir wollen gleich weiter machen so meine lieben Freunde ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann los sucht gerne eine Bewertung schreibt es dann mit dem Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut ciao ciao